Bruno Gröning Ich will nur helfen und heilen. Das Leben Bruno Grönings für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Vom Regen in die Traufe Schon seit Herford war es Bruno Grönings großes Ziel, Heilstätten aufzubauen. Häuser, in denen er in geordneten Bahnen wirken und die Hilfesuchenden ungestört die Heilung empfangen konnten. Ärzte sollten, ähnlich wie in Heidelberg, vor und nach Untersuchungen durchführen, die Heilungen überprüfen und die Ergebnisse dokumentieren. Bruno Gröning bekam viele Angebote für den Aufbau solcher Heilstätten. Von überall her kamen Menschen auf ihn zu, die ihre Hilfe anboten oder ihm Häuser zur Verfügung stellen wollten. Bei den meisten stellte sich leider heraus, dass sie sich nur einen guten Geldverdienst erhofften. Oft waren es Gaststätten, Hotels oder Pensionen, die sich durch den berühmten Gast volle Häuser und volle Kassen erhofften. An Bruno Gröning oder die armen Kranken dachte kaum jemand. Ein ganz besonderer Helfer, der in dieser Zeit an ihn herantrat und später sein Manager wurde, war der Geschäftsmann Otto Meckelburg von der Nordseeinsel Wangerooge. Er war mit seiner Frau nach Bayern gekommen, um von Bruno Gröning Hilfe zu erbitten. Seine Frau war schwer krank und die beiden reisten hinter Bruno Gröning her, kamen aber immer zu spät. Überall, wo sie hinkamen, war Bruno Gröning schon wieder fort. Doch trotzdem wurde Frau Meckelburg geheilt, noch bevor sie Bruno Gröning persönlich begegnete. Aus Dankbarkeit wollte Meckelburg Gröning helfen und legte ihm konkrete Pläne für den Aufbau von Heilstätten vor. Bruno Gröning ging darauf ein und Ende Dezember 1949 fuhren beide nach Wangerooge. Hier, wie auch auf den Nachbarinseln und auf dem Festland, organisierte Meckelburg viele Vorträge für Bruno Gröning. Gröning sprach und wieder geschahen unzählige Heilungen. Du bist gesund Antje Jansen war erst fünf Jahre alt, als sie Bruno Gröning auf Wangerooge begegnete. Ihre Mutter hatte sie mitgenommen, weil die kleine Antje unter schwersten Hautekzemen litt, sich die Arme blutig kratzte und kaum schlafen konnte. Für den Abend war im Kino des Ortes ein Vortrag angekündigt. Viele Menschen waren gekommen. Antje Jansen erinnert sich. Der Saal war voller Leute, dicht gedrängt, auch Menschen in Rollstühlen und welche, die auf Krücken hereingehumpelt waren. Wir saßen auf Klappstühlen und warteten. Aber Bruno Gröning kam nicht. Ich schlief bei meiner Mutter zwischen den Knien ein. Erst nach Mitternacht kam Herr Gröning. Er sagte, die Gehbehinderten sollen zu ihm auf die Bühne kommen, was diese auch taten, obwohl Stufen dort hinaufgingen. Sie haben die Krücken beiseite gelegt und einen Kreis um ihn gebildet. Meine Mutter war enttäuscht, dass sie nicht auf die Bühne kommen sollte und ging einfach mit mir dort hinauf. Alle waren entsetzt. Ich habe mich geschämt und es war erniedrigend für mich, als meine Mutter vor Bruno Gröning meine Arme frei machte und sie ihm zeigte. Kein Kind mochte mich damals anfassen. So schlimm war es. Bruno Gröning war für mich als Kind von fünf Jahren sehr groß. Er beugte sich herunter, streifte durch die Luft über meine Arme und sagte, Du bist gesund. Und zu meiner Mutter sagte er, Gehen Sie nach Hause und lassen Sie es in 14 Tagen von Ihrem Arzt bestätigen. Wir sind dann gegangen und ich habe einen Tag und eine Nacht geschlafen, ohne einmal zu kratzen. Heute sind nur noch die Narben zu sehen und ich bin bis heute gesund geblieben. Es sind auch andere Heilungen gewesen. Ich hörte von einem Jungen aus dem Kinderheim. Er stand davor auf Krücken. Bruno Gröning hat vom Fenster gerufen, Komm zu mir hoch! Ich kann doch nicht mit den Krücken, antwortete der Junge. Bruno Gröning aber rief, Dann schmeiß sie weg! Der Junge hat sie weggeschmissen, ist durch den Flur gegangen, durch den Saal die Treppe hoch zu ihm. Bruno Gröning schenkte Otto Meckelburg sein volles Vertrauen und stellte sich ihm ganz zur Verfügung. Er verpflichtete sich, ihn in allem zu unterstützen und alles zu tun, was er konnte, damit Meckelburgs Pläne Erfolg hatten. Außerdem sagte er zu, ausschließlich mit Otto Meckelburg zusammenzuarbeiten und mit niemandem sonst. In einem Vertrag wurde festgeschrieben, dass Bruno Gröning nur das tun durfte, was Meckelburg wollte. Im Januar 1950 gründete Meckelburg den Verein zur Erforschung grönischer Heilmethoden. Er selbst wurde Geschäftsführer und bezog ein Monatsgehalt von 1000 D-Mark. Das war damals sehr viel Geld. Bruno Gröning bekam nichts. Schnell stellte sich heraus, dass es Meckelburg egal war, was Bruno Gröning wollte und welche Ziele er hatte. Auch die Kranken, die immer noch in Scharen zu Bruno Gröning drängten, kümmerten ihn nicht. Meckelburg sah in dem Wunderheiler nur eine Geldquelle und bezeichnete ihn spöttisch als sein bestes Pferd im Stall. Er hatte Bruno Gröning mit dem Vertrag an sich gebunden und Gröning musste tun, was er verlangte. Meckelburg verdiente viel Geld in dieser Zeit, die versprochenen Heilstätten aber schuf er nicht. In einem späteren Prozess sagte er, Es lag mir persönlich kein Interesse an der Heilstätte. Als es Bruno Gröning im Juni 1950 endlich gelang, sich von dem ehemaligen KZ-Kommandanten Meckelburg zu trennen, war sein Ruf durch die Praktiken seines Managers ruiniert. Meckelburg aber spur ihm Rache. Den Gröning werde ich schon kleinkriegen. Ich breche ihm alle Gräten. Nach der Meckelburg-Zeit arbeitete Bruno Gröning einige Monate mit dem Münchner Heilpraktiker Eugen Enderlin zusammen. Enderlin hatte am Traberhof eine Heilung bekommen und machte Bruno Gröning das Angebot, in seinen Wohnräumen Vorträge zu halten. Auch hier geschahen viele Heilungen. So erinnert sich Grete Häusler. Ich habe auch von Bruno Gröning Alles Gute und Wunderbare im Jahr 1949 gelesen und habe mich trotzdem sehr abfällig geäußert. Ja, noch mehr. Ich habe ihn und sein Tun verurteilt und ihm hässliche Namensbezeichnungen gegeben, weil ich glaubte, es sei alles ein Schwindel. Ich wäre von mir aus nie zu ihm gegangen, denn an etwas Göttliches konnte ich nicht glauben. Nur weil meine blinde Freundin eine Begleitperson brauchte und keine andere fand, musste ich ihr helfen. So kam ich mit ihr nach München und wollte auch zu dem Vortrag mit hingehen, um mich zu überzeugen. Ich wollte meiner Freundin sagen können, was da geschwindelt wird, damit sie ihr Geld anderswohin tragen sollte. Als ich sehr skeptisch dem Einführungsvortrag von Herrn Enderlin lauschte, war es mir sehr unangenehm, dass er uns aufforderte, still zu beten. Ich konnte ja nicht. Ich glaubte an nichts. Ich glaubte ja auch nicht, dass ich jemals gesund werden könnte. Aber der Aufforderung, an etwas Schönes zu denken, konnte und wollte ich nachkommen. Und als ich an den schönen Wörtersee, den ich am Tag zuvor beim Sonnenaufgang erlebt hatte, dachte, da fing es in meinen Zehen an zu kribbeln. Dieses Kribbeln stieg hoch in den Hals und in den Kopf hinein. Ich bekam Schmerzen im Kopf. Um die Mitte, ein Ziehen die Arme entlang, bis zu den Fingerspitzen. Schon glaubte ich an Bestrahlungslampen, die man heimlich irgendwo aufgestellt haben musste. Aber ich entdeckte keine im Raum. Es war mir unerklärlich, wie man so etwas empfinden kann, ohne eine Spritze bekommen zu haben oder ohne Medikament. Herr Enderlin erklärte uns das dann sehr schön, wie Bruno Gröning der Transformator des Heilstromes und Gott das große Kraftwerk sei. Bruno Gröning war noch gar nicht anwesend. Wie sollte das gehen? Und doch musste ich glauben, ob ich wollte oder nicht, dass es hier etwas gab, was wir Menschen heute nicht mehr wissen. Als Herr Enderlin dann sagte, es wird von jedem Einzelnen selbst abhängen, ob er heute gesund zur Tür hinausgeht oder nicht, da wurde ich ganz hellhörig. Ich dachte bei mir, das wäre ja nicht schlecht. Aber das gibt es doch nicht. Nein, das konnte es doch nicht geben. Wie sollte mein 15-jähriger Stirnhöhlen-Katar, der chronisch vereitert war, einfach verschwinden? Nein, oder meine kaputten Leberzellen? Oder wie sollte das zugehen, dass ich wieder genug Zucker in meinem Blut haben sollte? Das wäre ja nicht schlecht, wenn das so einfach ginge. Aber ich besann mich. Es muss an der ganzen Geschichte doch etwas Wahres sein, denn sonst hätte ich nicht solche Schmerzen und solches Ziehen in meinem Körper bekommen. Ja, da heute gesund hinausgehen, das wäre ja nicht schlecht. Aber so etwas gibt es ja nicht. Der Zug hat sie hierher gebracht. Als Herr Gröning dann selbst kam, wurden meine Schmerzen unerträglich stark. Ich konnte kaum mehr sitzen. Ich wusste instinktiv nach fünf Minuten, dass dieser Mann vor mir mehr weiß und kann als alle anderen Menschen. Nach circa einer Stunde kam er auf mich zu und fragte mich, wie sind Sie nach München gekommen? Ich antwortete, mit dem Zug. Nein, unmöglich, ich kann nicht, erwiderte er mir. Ich verstand keinen Zusammenhang. Und plötzlich erkannte ich, dass seine Worte meine Worte waren, die ich 14 Tage zuvor zu Hause in Kärnten zu meiner Mutter gesagt hatte, als ich ihr den Brief von meiner Freundin vorlas. Nein, unmöglich, ich kann nicht. Ich sollte sie am 28. August nach München führen, zu Gröning. Ich war entsetzt, dass Bruno Gröning wusste, was ich meiner Mutter alles gesagt hatte, vor allem, wie ich über ihn geschimpft hatte. Ich erkannte, dass er nicht nur das wusste, sondern alles von mir und alles aus meinem Leben. Ich schämte mich unaussprechlich. Er sah mich an, liebevoll, verzeihend. Nicht mit dem Zug sind sie gekommen, sondern der Zug hat sie hierher gebracht. Und ich wusste, er hat mir alles verziehen. Das Wortspiel, der Zug hat sie hierher gebracht, verstand ich erst viel später. Ich wollte ja nicht zu ihm kommen, aber ich durfte kommen. Später stellte sich Bruno Gröning ganz ernst und konzentriert vor uns und sagte, Geben Sie mir Ihre Krankheiten und Ihre Sorgen. Sie werden allein nicht fertig damit. Ich trage sie für Sie. Aber geben Sie mir diese freiwillig. Stehlen tue ich nicht. Und wieder wurde mir so eigenartig zumute. Wer ist er denn, dass er so etwas sagen kann? Aber ich wusste nur eines. In meinem ganzen Leben hatte ich noch von keinem Menschen einen solchen Antrag bekommen. Und ich wusste, dass ich auch in meinem übrigen Leben nie wieder jemandem begegnen würde, der mir solch ein Angebot machen würde. Also hatte ich in jenem Augenblick eine einmalige Gelegenheit in meinem ganzen Leben. Und nun wollte ich es auch tun. Aber wie? Ich wusste nicht, wie ich ihm meinen chronischen Stirnhöhlenkartar geben sollte. Meine kaputte Leber und die Bauchspeicheldrüse, die zu wenig Zucker produzierte. Ich wusste wirklich nicht, wie ich das tun sollte. Und da mir keine andere Möglichkeit blieb, tat ich es wie ein Kind. Ich dachte mir, da hast du meine drei unheilbaren Leiden. Da hast du meine unheilbare Mutter. Da hast du das ganze Unglück. Und alles, was kreuz und quer in meinem Leben ist, ich will es nicht mehr. Und in demselben Augenblick war ich alles los. Die Schmerzen der Regelung gingen intensiv weiter. Und am Ende des Vortrages sagte uns Bruno Gröning, dass wir uns täglich auf den Empfang des Heilstroms, der guten Kraft, einstellen sollten. Denn jeder Mensch verbrauche durch das Denken, Sprechen und Arbeiten Kraft. Diese Energien soll man sich durch das Einstellen wieder auffüllen können. Auch wenn man ganz gesund sei, damit man immer energievoll und gesund bleibe. Sei man aber noch nicht ganz gesund, gelte das umso mehr, damit man ganz voll der guten Kraft werde, die dann das Böse hinausbefördere. Bruno Gröning verabschiedete sich. Wir blieben noch ein wenig da, weil wir in Fragen wollten, ob wir noch einmal kommen dürften. Als die Leute den Raum verlassen hatten und meine Freundin und ich noch allein da waren, bemerkte ich, dass ich keine Kopfschmerzen mehr hatte. Dass ich kein Ziehen, kein Kribbeln, keine Schmerzen hatte. Ja, dass ich überhaupt nichts mehr hatte. und nur noch ein herrlich leichtes Gefühl empfand. So leicht, als hätte ich einen Zentnergewicht an Schwere und Müdigkeit verloren. Ein Glücksgefühl erfüllte mich in einem Ausmaß, wie ich es einfach nicht kannte. Ich sagte meiner Freundin, Du, Maria, ich bin gesund. Sie antwortete entrüstet, Du spinnst. Ich aber sagte, Maria, das kann nichts anderes sein als die Gesundheit, was ich jetzt in meinem Körper spüre. Da trat Bruno Gröning in das Zimmer. Ich lief ihm entgegen und drückte ihm die Hand und sagte, Ich danke Ihnen, Herr Gröning. Ich fühle mich jetzt ganz gesund. Er schaute mich durch und durch an, freute sich sehr und erwiderte, Ja, Sie fühlen es nicht nur, sondern Sie sind es auch. Aber danken Sie nicht mir, sondern Gott. Er hat es getan. Unsummen kassiert Auch Enderlin entpuppte sich als Geschäftemacher. Es ging auch ihm nicht darum zu helfen, sondern er wollte an Gröning möglichst viel Geld verdienen. Das Schicksal Bruno Grönings oder das der Kranken interessierte auch ihn nicht. Enderlin hatte versprochen, ein amtliches Dokument auszustellen, das beweisen sollte, dass Bruno Grönings Wirken mit der durch Gesetz geschützten Tätigkeit eines Heilpraktikers nichts zu tun hatte. Dass Bruno Gröning also mit dem Gesetz nicht in Konflikt kam und ein Heilverbot gegen ihn nicht gerechtfertigt war. Dadurch sollte Bruno Gröning der Weg zum freien Wirken geebnet werden. Er selbst schrieb einmal über diese Angelegenheit, Dieses Versprechen hatte Enderlin nicht gehalten. Dafür aber hat er Unsummen von Geldern für sich vereinnahmt, von denen ich nicht einen Pfennig erhalten habe, sodass er später für das Geld aus diesen Einnahmen sich in Felderfing eine Villa kaufen und neu einrichten konnte. Gegen Ende des Jahres 1950 trennte Bruno Gröning sich auch von Enderlin. Eine erneute Zusammenarbeit 1952 und 53 scheiterte aus den gleichen Gründen. Auch diesmal hatte Enderlin nur seinen eigenen Vorteil im Kopf. Betrüger geduldet Immer wieder kamen Menschen zu Bruno Gröning, die versprachen, ihm beim Aufbau seines Werkes zu helfen. Viele von ihnen waren aber nur daran interessiert, durch ihn möglichst viel Geld zu verdienen. So beispielsweise auch sein früherer Gastgeber, der Herforder Ingenieur Hülsmann. Auch er war mit der Zeit zu einem eifrigen Geschäftsmann geworden. Bruno Gröning schien solche Geschäfte Macher anzuziehen, wie das Licht die Motten anzieht. Immer wieder drängten sie an ihn heran. Immer wieder schadeten sie seinem Ruf und seinem Ansehen. Wenn sie ihre Ziele nicht erreichen konnten oder er sich von ihnen getrennt hatte, versuchten sie, ihn zu Geldzahlungen zu zwingen oder ihm anderweitig zu schaden. Warum ließ Bruno Gröning immer wieder solche Helfer an sich heran? Warum fiel er immer wieder auf sie herein? Warum hielt er sie sich nicht einfach vom Leibe? In einem Vortrag am 31. August 1950 in München sagte er warum. Was Menschen bisher nicht unversucht gelassen haben, ist das gewesen, an diesem kleinen Mann mit seinem Wissen und Können Geld zu verdienen. Sie glaubten eine Goldgrube gefunden zu haben. Sie haben auch zum Teil die Möglichkeit gehabt, Geld zu verdienen, aber einen Nutzen haben sie Gott sei Dank nicht. Auch diese Menschen musste es geben. Und zwar deshalb, um herauszustellen, wer der Mensch ist, dass der Mensch über Leichen geht und nicht danach fragt, ob dem Kranken geholfen wird oder nicht. Es gibt Menschen, die über Leichen gehen. Die können einen Kranken ruhig liegen sehen. Diese Menschen haben nie danach gefragt. Sie haben nichts unversucht gelassen, in meiner Nähe zu sein. Ich weiß, es wird hier und dort die Frage aufgeworfen, ja, wenn der Mann so viel weiß, warum hat er nicht das gewusst, vielleicht weiß er nichts. Ob und wie weit ich etwas weiß, werden sie nach und nach zu Wissen bekommen. Aber dieses musste sein. Dieses Material hat zu diesem Aufbau gefehlt, um für sie alle den Weg frei zu machen. Bruno Gröning hat solche Menschen also gebraucht, um den Weg zu Gott wieder frei zu machen. Er wollte und musste diese Art von skrupellosen Blutsaugern aufdecken, musste sie bloßstellen, damit die Menschen ihr bösartiges Treiben erkennen können. Er musste diesen herzlosen Schurken ein für allemal die Maske vom Gesicht reißen. Es waren ja in der Vergangenheit immer die schönen Worte gewesen, mit denen solche Geschäftemacher ihre Mitmenschen getäuscht und ihre wahren Absichten verschleiert, ihre eigensüchtigen Interessen verdeckt hatten. Immer wieder die schönen Worte, wir wollen nur helfen, aber die böse Tat, die notleidenden Menschen ausgenutzt und über Leichen zum eigenen Reichtum gegangen. Dem hat Bruno Gröning ein Ende gemacht. Er hat diese Menschen an sich herangelassen und ihre Schandtaten aufgedeckt. Als Grete Häusler ihm einmal zum Abschied wünschte, dass er in Zukunft nicht mehr von falschen Mitarbeitern angegangen werden sollte, antwortete er, Ganz falsch, das muss so sein. Ich weiß, was ein Mensch in sich trägt. Wenn ich aber den Menschen sagen würde, das ist ein Lügner, das ist ein Betrüger, ein Dieb, dann würde mir das niemand glauben. Was muss ich tun? Ich muss diese Menschen an mich ziehen, sie das Gute lehren, sie zur Umkehr bewegen und dann ihnen die Gelegenheit geben, zum Lügen, zum Betrügen und zum Stehlen. Wenn sie es jetzt trotzdem tun, dann weiß jeder, wer sie sind. Dann lasse ich sie ganz an mich herankommen und bin nicht feige, dann kämpfe ich. Die Menschheit kann in Zukunft frei sein, von dieser Sorte Geschäfte machen und muss sich von ihren schönen Worten nicht mehr blenden und täuschen lassen. Ihre üblen Machenschaften können die Verbindung zu Gott nicht mehr abschneiden. Das hat Bruno Gröning bitter ausgetragen.